Hallo zusammen. Hallo zusammen. Also wir sind hier heute in Mühlacker und in Mühlacker, da wird wieder für unseren Gustel was wunderschönes gebaut. Genau bei der Firma Remetro und bevor wir da jetzt ins Detail gehen, machen wir erst mal Sintro. Jawohl, also bleibt dran. So, wir stehen jetzt bei der Firma Remetro und wir haben ja schon mal unsere Heckgarage, das neue System in unserer Heckgarage vorgestellt im Video und es ist da oben verlinkt, das tun wir da mal reinschreiben, da könnt ihr das alles nachschauen. Es kam auch sehr viel Resonanz auf dieses System, was uns natürlich gefreut hat und nicht nur uns gefreut hat, die Ursi um mich, sondern vor allem Bernd Renz, der hier neben mir steht. Tja, wir kennen uns ja auch bereits. Das ist also der Bernd Renz von der Firma Remetro und der baut diese individuellen Systeme jetzt ganz neu im Programm, vom Firmenprogramm ein. Es gab auch einige Fragen dazu, die wollen wir dann im Anschluss, wenn wir das, was bei mir oder bei uns jetzt erweitert wurde, vorgestellt haben. Erstmal Bernd, vielen Dank. Das Ganze hat wunderbar gehalten. Wir haben, ich schätze jetzt mal, 5000 Kilometer zurückgelegt damit. Es hat nichts gewagnet, nichts vibriert. Es ist alles so, wie wir das damals eingebaut haben. Dazu Gradulation muss ich ja eigentlich schon sagen, ja. Das ist ja schon Leistung, denn du weißt ja, wir haben ja anderes erlebt mit dem Auto. Richtig. Und dann muss ich sagen, ist das System, hat sich wunderbar bewährt, vor allen Dingen auch die Campingstühle, die zeige ich euch jetzt mal. Also wenn wir unsere Campingstühle rausnehmen, geht es ganz einfach und schon ist es heraus. Und der zweite genauso. Es ist also überhaupt kein Problem. Eine Idee von Bernd Renz, denn so wie es jeder haben möchte, so wird das Regal hier eingebaut und ruckzum wieder alles verstaut. Mittlerweile hat sich das System auch etwas verändert. Hier können wir gleich einen Blick reinwerfen und da sieht man, dass hier noch eine zweite Regalwand dazugekommen ist, sodass jetzt da ganz genügend Schubläden vorhanden sind oder Regalfächer, wo man die Sachen ablegen kann. Wir haben dann auch gesucht nach einer Lösung, wie wir unsere leeren Flaschen ablegen können und da sind wir dann auf die Idee gekommen, dass man die hier sogar reinstellen kann. Das heißt, man kann hier solche großen, solche hohen Schubladen einbauen und man kann auch diese flacheren einbauen. Da oben haben wir jetzt zum Beispiel unserem Schlauch liegen. Also ganz individuell. Man kann das machen mit Auszug, das geht jetzt ein bisschen schwieriger, dass man die Flasche umfallen oder hier wie das obere Element, das ist ein feststehendes Element. Dann wäre es so nett, einmal ein paar Feinheiten von diesem System zu zeigen. Ja, also der wesentliche Punkt war damals, als wir angefangen haben, reinzubauen, aber nachdem der Einbau abgeschlossen gewesen ist, kann man dann feststellen, da gibt es noch Sonderwünsche. Sonderwünsche vom Helmut und da war unter anderem einer der Sonderwünsche, ja, ich hätte gerne eine Schublade bzw. ein Fach, wo ich Leergut, leere Flaschen, 1,5 Liter Flaschen reinstellen kann und deshalb haben jetzt beispielsweise diese Schublade gemacht oder dieses Element gemacht und dann haben wir einfach gesagt und hier werden wir einfach wasserdicht schweißen. Das heißt, wenn hier was ausläuft, dann läufst du dem Wohnmobil rum und das ist einfach nur die Idee oder der Wunsch vom Helmut verwirklicht. Oder dieses Fach, das auch ausziehbar ist, zusätzlich immer noch vorne dran, haben wir noch die Löcher drin, wo wir mit den Karabinerhaken arbeiten können oder auch hier oben, das gleiche System im Endeffekt, halt ohne Teleskopauszug. Auf der anderen Seite auch nach Angabe vom Helmut, die verschiedenen Fachhöhen, die Wandlöshöhen und so haben wir eigentlich im Prinzip die Heckgarage explizit genau für ihn oder für euch beide, für eure Wünsche gebaut. Und dazu haben wir ja dieses System genommen, das Aluminiumprofil und das andere, das hat man dann mit Blech, mit Aluminium, 2 mm Blech haben wir das gebogen. Das gleiche System, was wir hier sehen, mit Aluminium, gibt es in einer abgewandten Form, auch mit reinem Blech. Da könnt ihr bei uns mal auf die Homepage gehen, www.remectro.de und da gibt es was für die Wohnmobile und da sind unter anderem Regale drin, die man selbst zusammenbauen kann. Man misst die Höhe, bestellt die richtige Stütze dazu. Für Stützen braucht man meistens dafür dann acht Stellfüße und die richtigen Regalfächer dazu und kann dann sein Regal zu Hause direkt ins Wohnmobil einbauen. Kein großes Problem. So, es ist ja auch so, dass jeder seinen Bierkasten dabei hat und wir haben das mit der Firma Baulana in Absprache gemacht. Ja, die haben extra wegen uns. Das gibt, ich glaube, oder schon vorher, oder? Ich weiß nicht, haben die, haben schon länger, haben schon länger. Die haben das so geteilt und das stellen wir dann so raus und dann haben wir zwei halbe Bierkasten dabei. Also sehr praktisch, extra für Wohnmobile angefertigt, damit man sie da gut verstecken kann. Und wie schon der Herr Berndtler gesagt hat, das halte ich für eine ganz tolle Lösung, dass wir hier auch unsere Wasserflaschen unterbringen. Wir haben einmal die vollen und einmal die leer. Und ansonsten alles individuell gemacht. Heldbomben fest. Wir haben damit super Erfahrungen gemacht und waren schon etliche tausend Kilometer unterwegs. Also zur Anmerkung, wie das was Falsches rüberkommt. Paulaner war früher da. Ja, du das Ding wiesn hast, weil es gibt ja diejenigen, die alles dann noch besser wissen. Ja, also die Belehrung brauche ich jetzt nicht mehr. Ich weiß es jetzt. So, jetzt habt ihr einige Fragen an mich gestellt. Einige haben wir schon beantwortet. Aber das Gros der Fragen oder beziehungsweise alle Fragen wollen wir jetzt beantworten. Und dafür steht extra dann da und hat sich dazu bereit erklärt. Als erstes mal natürlich auch, was mich interessiert. Du hast so viele Ideen gehabt, was man alles machen kann. Was ist aus diesen Ideen, die noch nicht in die Tat umgesetzt worden, schon irgendwas in die Tat umgesetzt worden? Also diese Ideen, die ich hatte, da konnte ich die eine oder andere schon verwirklichen. Ich habe damals im Video ja darauf hingewiesen, dass ich eine Idee habe für etwas, wo die Frauen begeistert sein werden, wenn sie das bekommen. Das ist zwischenzeitlich verwirklicht. Das ist zwischenzeitlich auch im Wohnmobil eingebaut. Da wird der Helmut bestimmt noch das eine oder andere mal die Linse draufhalten, damit man sieht, um was es geht. Dann war mein Gedanke gegangen, auch im Hinblick dessen, dass wir im Moment vielleicht mal ein Problem haben auf der Autobahn oder sonst wo. Also es ist ein Unfall, dass ich sehr schnellen Zugriff habe auf Verbandskasten, dass ich sehr schnellen Zugriff habe auf Warndreieck, respektive Warnwesten, damit ich die nicht in den dunklen Katakomben der Heckgarage suchen muss. Da habe ich zwischenzeitlich auch eine Lösung. Die ist auch schon bereits verbaut und auch bereits im Einsatz. Dann gibt es noch eine Lösung. Wir kennen alle die Situation, dass man auch Keile braucht, um Wohnmobil natürlich dementsprechend für die Bremse unterstützen, am Hang zu nehmen. Auch hier gibt es bereits eine fertige Lösung, die auch bereits verkauft ist. Und so wird eigentlich im Prinzip permanent kommen. Neue Ideen dazu. Heute allein schon beim Einbau hier sind wir zwei neue Ideen gekommen, wo ich dann einfach umsetzen möchte. Und so wird sich das in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder was dazukommen. Wir haben ja einiges an Melks bekommen und auch natürlich in den Kommentaren unten. Wir bitten auch jetzt wieder, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Dann kann es auch jeder mitlesen. Ein Kommentator hat gemeint, dass es nicht gut funktionieren kann, denn die Fibrationen, in denen das Fahrzeug ausgesetzt ist, die führen nun eigentlich dazu, dass sich diese Dinge, diese Legale verändern. Und wenn man sie zu fest anzieht, nach unten und nach oben verklemmt, dann kann das Fahrzeug Schaden davon nehmen. Wie stehst du dazu? Also man muss dazu sagen, diese ganze Situation, was wir hier sehen, das habe ich nicht einfach aus Jux und Tollerei jetzt irgendwann eingebaut, sondern ich habe natürlich bei mir, beim eigenen Wohnmobil, einmal den ein oder anderen Test gemacht. Wir haben da die Stangen reingemacht, wir haben mal angepresst und das stimmt schon, was der Kommentator sagt, durch Vibrationen oder sonstiges löst sich sowas. Und man ist dann wahrscheinlich sehr häufig immer wieder mit einem Schlüssel dabei und zieht es fest. Und jetzt kommt eigentlich die Frage nach fest, kommt ab. Respektive, es kann durchaus sein, dass ich dann dadurch im Wohnmobil, in der Holzstruktur, darüber liegen ja meistens die Betten, dass ich da was deformiere. Was machen wir? Wir haben einfach gesagt, um dem weitestgehend aus dem Weg zu gehen, wir verspannen, wir verspannen aber jetzt nicht so, dass wir andrücken, bis es nicht mehr geht, sondern mit Gefühl verspannen wir. Und was wir hier machen, wir machen dann jetzt bei euch jetzt sichtbar, vorderes Regal zum hinteren Regal kommen Querstreben rein, das heißt, das vordere stützt das hintere, das hintere stützt das vordere, das ist nicht nur einmal, das ist schon drüben genauso. In dem Bereich drin bewegt sich das Regal minimalst. Theoretisch könnte ich oben die Schrauben lösen und das würde trotzdem so stehen bleiben. Kann ich auch bestätigen, hat sich nichts verändert bei uns. Dann kam die Frage, wie gehe ich hier vor? Die Firma Remectra sitzt in Mühlager und Mühlager, das ist bei Pforzheim in der Nähe von Stuttgart. Und wenn ihr Interesse an dem Ganzen habt, wendet ihr euch an den Bernd Renz und der sagt jetzt euch, wie es am besten geht. Also die E-Mail-Adresse, das ist immer am besten, vielleicht über E-Mail-Kontakte aufzunehmen, ist b.renz.remectro.de. So, das ist die Kontaktaufnahme. Und je näher oder je genauer ich weiß, was der Kunde, der potenzielle Kunde haben möchte, umso eher kann ich auch dementsprechende Antworten geben. Ich möchte meine Heckgarage ausgebaut haben, Punkt. Da könnt ihr euch vorstellen, ist die Antwort von bis. Ich hätte gern ein Regalsystem, ich habe das gesehen bei Ursul und Helle im Film. Dann werdet ihr aufgrund von dem Regalsystem, das man auch hier nochmal im Hintergrund sieht, von mir ein dementsprechendes Angebot bekommen. Und das kann durchaus sein, es ist ein Pauschalbereich drin, dass man ungefähr mal weiß, okay, das ist das, was ich sähe. Oder, wenn man es detaillierter haben möchte, dann bekommt man das Angebot über die Grundstruktur des Regalsystems, über einzelne Schubladen, Schubladen mit oder ohne Auszug. Dafür brauche ich aber Informationen. Das ist das eine und das ist dann das System, das wir hier bei uns in Mühlacker quasi maßschneiden. Das heißt, wir sägen diese Stangen ab, wir machen in der Blechförderung diese Schubladen ganz gezielt und das wird maßgestellt und wird auch von uns eingebaut. Das zweite System, das ich ja schon mal gesagt habe, das ist ein System, welches man bestellen kann. Es besteht aus vier senkrechten Stützen, aus acht Füßen, Stellelementen und dann noch jeweils aus zwei Schubladen oder zwei Böden. Und die kann man natürlich sagen, ich brauche drei, ich brauche vier, ich brauche sie in der und der Größe. Und dann wird es zusammengepackt, kommt zu Ihnen nach Hause und Sie können es dann relativ einfach zusammenbauen. Und Helmut sagt, er wird es nicht schaffen. Ich behaupte nach wie vor, er schafft das auch. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Das sind ein paar Schrauben, die man zusammenschraubt und dann ist das Thema gegessen. Also diese Pauschalangebote, die sieht man auf deiner Webseite. Da haben wir jetzt momentan, ich weiß nicht wie viele, also sind sechs, sieben Regale drin. Ja, da kann man sich das anschauen. Die verschiedene Dimensionen haben und wie gesagt, alle sind von diesen Regalen, so wie sie abgebildet sind, haben zwei Fachböden, haben dann die vier Ständer und haben dementsprechend acht Füße bzw. Befestigungselemente. Und so kommt es zu Ihnen nach Hause. Wir haben uns momentan auf die Farbe 7016, RAL 7016, das ist Andrazit als Basisfarbe genannt. Hier haben wir jetzt beispielsweise Silber dabei drin. Sollten Sie besondere Farbe haben möchten, auch das möchte ich mal sagen, sollten Sie was weiß ich was, Rot, Ultramarin, Blau oder sonst was haben möchten, am liebsten ist mir immer die RAL-Farbnummer anzugeben, dann lackieren wir Ihnen Ihr Regalsystem auf diese Farbe. Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, so ein ganz individuelles System, wie es jetzt genau maßgeschneidert für unsere Heckgarage gemacht wurde, kann man hier auch beziehen bei dir. Ja. Dann müsst ihr einfach hierher kommen, es wird alles ausgemessen und dann einen zweiten Termin vereinbaren und dann wird es eingebaut. Aha, Möglichkeit A, so wie wir es gerade, so haben wir es ja auch mit dir gemacht, du warst beim ersten Mal da, wir haben alles ausgemessen, wir haben es besprochen, haben den ersten Einbau gemacht und während dem ersten Einbau kamen noch ein paar Ideen, deshalb heute der zweite Termin. B, eine versierte Person in dem Bereich drin, ich sage mal mit dem technischen Zeichnen nicht ganz unbegabt, schickt uns seine Vorstellung zu, dann können wir durchaus ein Angebot daraus erstellen. Nur wenn natürlich vermessen worden ist und wir haben das alles zugesägt, dann gibt es ein leichtes Problem. Wenn es nicht abgenommen wird. Dann liegt es nämlich nicht bei uns, sondern wir geben natürlich dann, wenn wir alles gemessen und selbstständig unsere Fehler, wenn das nicht passt. Also wie gesagt, am besten ist, man kommt vorbei, aber man kann auch den anderen Weg wählen. Und wie lange dauert es also von dem Moment an, wo das konzipiert wurde, bis zu dem Moment, wo es dann schlussendlich eingebaut werden kann? Wie viele Wochen gehen da ins Land? Also das Absägen von solchen Stangen, das geht relativ zügig. Das ist nicht das Problem. Unsere Problematik ist, hier verdraben, wenn es zum Beispiel so eine Schublade wie jetzt hier, diese 200 mm hohe Wandung ist, die ist wie gesagt wasserdicht verschweißt. Das ist nicht immer tagfertig. Wir machen da eine Konstruktionszeichnung dazu, das wird gelasert, das wird gekantet, das wird geschweißt, das wird verschliffen, dann wird es lackiert. Das heißt, im Klartext, hier gehen schon ein paar Tage drauf, wenn man es mal so sagen möchte, da würde ich sagen, 14 Tage, 3 Wochen. Also von dem Moment, Sie haben das Angebot bekommen, Sie haben das Angebot abgenickt, bis zu dem Moment, wenn wir es einbauen können, respektive, wo Sie es geliefert bekommen, die Sonderlösung auch geliefert bekommen, 14 Tage, 3 Wochen. Also zum Beispiel, ich fahre von Hamburg nach Italien in Urlaub, mache hier Zwischenstopp, lasse alles ausmessen, fahre nach Italien, 3 Wochen Urlaub, auf dem Rückweg kann ich es einbauen lassen. Ne, das geht nicht, weil dann würde ich mitfahren nach Italien. Nein, in dieser Art. Alles im Leben hat seinen Preis, auch dich muss man bezahlen. Wer so ein System haben will, und diese Frage haben wir öfters gestellt bekommen, was kostet so etwas? Es ist ein Individualausbau, was die Bauschalsysteme, was der Bernd gesagt hat, kosten, das kann man im Internet nachlesen, da kommen auch Versandkosten dazu und dann kann man es selber einbauen. Aber das ist ja hier eine ganz individuelle Lösung, da bin ich hergefahren, das ist ausgemessen worden und dann wurde es eingebaut. Es wurde in eine Schublade reingebaut, wo ich das wollte, in einer Höhe, wo ich es wollte, es wurde festgebaut, fest oder die Schublade. Und jetzt kommt die Frage, was kostet so einen Spaß in etwa als Individuallösung? Also so ein Spaß, wie du sagst, kostet zwischen 1500 und 2000 Euro. Je mehr von diesem Gimmicks ich drin habe, bewege ich mich Richtung 2000 Euro. Also je weniger ich von diesen Sonderwünschen, die du ja auch gehabt hast, nicht drin sind, bewege ich mich in die 1500 Euro. Aber so in der Ebene Normalität und die Anzahl der Schubladen im Vergleich, bewege ich mich schon in dem Bereich von ca. 1500. Also man kann sagen, eine loszügige Heckgarage, wie wir sie ja haben, die ist mit Fächern, Schubladen und so weiter ausgestattet, auch nach individuellen Wünschen für bis zu 2000 Euro. Ja, so kann man es nennen, so kann man es nennen. Also nicht jeder ist ja beim Wohnmobil mit großzügiger Zuladung ausgestattet. Wir sind es jetzt glücklicherweise, weil wir 4,5 Tonnen haben. Aber es gibt auch welche, die mit 4,5 Tonnen unterwegs sind. Und es stellt sich natürlich die Frage, jedes Kilo zusätzlich, und das sieht ja alles hier ordentlich stabil aus. Über 100 Kilo sind da zusätzlich gepackt. Also da bewegen wir uns jetzt momentan knapp bei den 40 Kilo. Für das ganze System, was hier drin ist, sind wir knapp bei 40 Kilo. Also das sollte... Wobei, ich möchte bemerken, wir haben 40er Profil genommen. Und das heißt, das, was du vorher gesagt hast, du bist ein paar tausend Kilometer gefahren, da hat sich nichts, aber auch gar nichts zu schoben, nichts, Stabilität da, Schubladen bewegen sich nach wie vor und so weiter. So, das waren jetzt eure Fragen, die wir beantwortet haben, hoffentlich hinreichend. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten rein. Ich verlinke auch die Kontaktdaten nochmals zum Bernd Renz. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wieder für die Erweiterung, da kommen wir immer wieder gern vorbei. Und wir testen das Ganze weiter, wir berichten auch darüber. Und ja, vielleicht teilt ihr uns mit, was für Erfahrungen ihr da gemacht habt mit Remectro oder mit dem Regalsystem von Remectro. Also ich bedanke mich auf jeden Fall beim Bernd Renz für alles und für die Beratung und so weiter und so weiter. Wir machen da gerne Werbung dafür, weil wir auch damit sehr zufrieden sind und gut fahren damit. Wunderbar, freut mich auch. Super. Das war der Bernd Renz. Und was bei uns gemacht wurde, das wollen wir euch nochmal zeigen. Wenn ihr den ersten Film anschaust, da haben wir einen Einblick in unsere alte Garage gegeben. Und diesen Film beenden wir mit einem Einblick in unsere neue Garage. Und jetzt sieht sie wirklich top aus. Wenn das die Chefin sagt. Also im Moment ist sie ordentlich aufgeräumt. Mal schauen, wie das in einem halben Jahr aussieht. Wir haben noch Platz drin. Also vorher war sie überfiltert, jetzt haben wir noch Platz drin. Und das eine oder andere wird sicherlich nur umgestaltet. Aber jetzt zeigen wir euch mal, wie das ausschaut. Und zwar hier alles sauber untergebracht, sogar mit einem Haufen leeren Flaschen. Ich komme dann gleich noch von der anderen Seite und zeige das. Hier unsere Stuhllösung, die ich für sehr praktisch halte. Und die beiden Easy-Fahrräder, die wir uns gekauft haben mit den verstellbaren Lenkern, die passen hier auch wunderbar in die Mitte rein. Hier ist hier noch die andere Seite. Und da kann man dieses Notfallset zum Beispiel hinmachen, also auf der anderen Seite. Das ist aber bei uns hier schlecht, durch das, dass sich die Tür nicht ganz öffnen lässt, sondern eben nur so ein Viertel in 90 Grad Winkel. Dadurch muss ich immer beim Fahrrad einladen hier entlang. Und da kann also nicht so ein dicker Brummer hingemacht werden. Was wir uns aber überlegt haben, dass wir den Schlauch, der jetzt da oben liegt, dass man den hierher macht. Also dafür müsst ihr auf jeden Fall reichen. Auf jeden Fall ist es ein sauberes Ordnungssystem. Und ihr seht, da ist alles untergebracht. Inklusive Baulaner Kisten. Die wunderbar funktionieren. Gell, Ossi? Ja, was natürlich sehr wichtig ist. Das war das Wichtigste beim Einbau. Und da seht ihr auch, wie stabil das alles ist. Da bewegt sich gar nichts. Das war das Wichtigste beim Einbau. Aber ich würde willkommen sehr. Natürlich dich rüber.